Michi Neumeyer, Richi Freitag. Tolles Ergebnis, toller Wettkampf. Dein Statement? Stimmt. Wer gewinnt jetzt die Tournee? Das sage ich dir nach der Tournee. Richi, was glaubst du? Ich schließe mich da an. Diesmal sind es viele, die das packen könnten. Aber Deutsche oder Österreicher? Schauen wir. Die Polen werden auch wieder stark. Ja, das stimmt. Alle sind stark und wir sind sehr gespannt auf die vier Schanzen-Tournee.